Das Legoland Discovery Center in Berlin und wir machen jetzt einen langen Hals im Shop. Um genau zu sein, gibt es zwei Shops, einen hier im Eingangsbereich und einen größeren im Sony Center und da gehen wir jetzt hin. Bis zum nächsten Mal. Damit es zu keinen Missverständnissen kommt, das eben waren beides Lego Shops, das war kein Lego Branded Store. Dennoch haben wir ein wenig geschockt und eingekauft. Steinige Grüße aus Berlin. Tschüss!